Hier kommt die Prinzessin Hier kommt die Prinzessin Die Prinzessin, die Prinzessin Ich will meine Schnecke Es hat aufgehört zu regnen Mal sehen, was die Prinzessin macht Ah, da bist du ja Ich spiele Mit den Kaninchen? Nein, mit meiner neuen Freundin Ich sehe niemanden Meine neue Freundin heißt Dalli Gefällt sie dir? Du magst sie nicht, gibst zu Ich mag sie schon Sie macht überall so eine schöne Spur Essen kommen Ich muss jetzt gehen Hallo Prinzessin Schau mal, was ich gefunden habe Eine Schnecke? Ich mag Schnecken nicht so gern Sie fressen mein Gemüse, weißt du? Dalli macht sowas aber nicht Ach nein? Ups Komm mit Dalli Hallo Schau mal Oh Darf Dalli mit mir essen? Na klar, Püppchen Hallo Dalli Wasch dir bitte noch die Hände Du auch, Dalli? Ich glaube, sie hat keine Was? Ah Oh Oh Prinzessin, in der Küche sind keine Schnecken erlaubt No, 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 Madame Dagegen habe ich nichts Magst du Schnecken? Oh, ich liebe sie Und ganz besonders mit Knoblauch Komm, wir gehen, lieber Dalli Du musst stehenbleiben, Dalli Hallo Prinzessin Was malst du da? Dir gefällt das nicht Wie kommst du darauf? Ich male Dalli Und du magst sie nicht Na ja, ich Sie hat hübsche Augen Das sind Stielaugen Und sie kann ganz toll turnen Brrr Siehst du? Sie kann balancieren Ja, das macht sie gut So was kann ich auch Schau mal Hervorragend Und wir können es auch wieder zurück Ja Und Dalli kann sogar Wände raufklettern Ich muss das erst noch lernen Und sie kann Putschelbaum schlagen Und was malst du jetzt? Noch ein Bild von Dalli? Nein, das ist eine Medaille Für die beste Turnerin auf der ganzen Welt Und wer ist das? Mua Mua Na Dalli natürlich Mua Da schau Sie ist fertig Dalli Bist du unterm Bett? Dalli Oh, in der Spielzeugkiste auch nicht Wo bist du Dalli? Wo bist du Dalli? Ach Unter meinem Töpfchen auch nicht Oh Na, komm her Raus mit dir Schön vorsichtig Nein Tu meiner Dalli nicht weh Das hatte ich gar nicht vor Ich wollte sie nur rausbringen Sie ist meine Freundin Sie wohnt in meinem Zimmer Ach ja? Äh Sie ist die beste Turnerin auf der ganzen Welt Tatsächlich? Sie kann balancieren Vorwärts und rückwärts Willst du mal sehen? Oh, wenn ich darf Los Dalli Zeig wie gut du turnen kannst Na gut Dann einen Purzelbaum Ich weiß Dann mach deine Dehnübungen Vorhin hat sie's gemacht Vielleicht muss sie sich ein wenig ausruhen Ja Ich leg sie in mein Bett Und wenn sie aufwacht Zeig ich dir wie sie Oh Danni Ah Oh nein Oh je Wie traurig So, rein mit dir Äh Prinzessin Ich hab sie umgebracht Umgebracht Na ja Das war doch nur ein Versehen Ich hab sie trotzdem umgebracht Miau Was ist da drin? Deine kleine tote Freundin Äh Was soll ich jetzt bloß machen? Na ja, ich denke, sie hat ein schönes Begräbnis verdient Was ist ein Begräbnis? Das macht man, wenn jemand stirbt Man begräbt sie in der Erde Und alle Freunde kommen Warum? Oh, um sich zu verabschieden Warum? Weil sich dann alle besser fühlen Und wenn ich das für Dalli mache Kommst du dann auch? Es wäre mir eine Ehre Kommst du auch zu Dallis Begräbnis? Ein Begräbnis? Für eine Schnecke? Damit wir uns von ihr verabschieden können Aber natürlich komm ich Wir machen für Dalli eine Beerdigung Dalli ist gestorben? Oh Sie ist zerquetscht worden Äußerst bedauerlich Kommt ihr auch? Natürlich, Püppchen Es ist Dallis Begräbnis Ein Begräbnis? Für eine Schnecke? Sie selbst hat sie zertreten Was für ein Jammer Das ist ein Begräbnis Was Begräbnis? Ui, für ein Schneck Hm, was machen wir denn da? Blumen? Nein Ah ja, das ist passender Ein Begräbnis? Für eine Zecke, sagen sie? Schnecke Ach, Schnecke Oh Oh Hier, Prinzessin Sag noch ein paar Worte Na ja, über Dalli Ach so Dalli war, ähm Äh, sie war eine gute Freundin Und sie war eine ganz tolle Turnerin Das war eine schöne Trauerfrage Ja, mit allen Ehren und Wünften Wir behalten sie immer in Erinnerung Ich hab gedacht, dass man da nicht mehr so traurig ist Ach, weißt du, das dauert noch eine Weile Ich vermisse Dalli Sie war eine ganz besondere Schnecke Aber sie würde nicht wollen, dass du für immer traurig bist Hm Sie hat gern mit dir gespielt, stimmt's? Am liebsten hat sie Turnübungen gemacht Und sie hat sich gern malen lassen Schau mal Die sieht genau wie Dalli aus Nur ein bisschen kleiner Na sowas, eine Babyschnecke Und sieh mal Da ist noch eine Und noch eine Oh, ich muss aufpassen Und da ist noch eine und noch eine Lauter kleine Dallis Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sieh, hundert Hier kommt die Prinzessin Hier kommt die Prinzessin Die Prinzessin Die Prinzessin Ich will das behalten Hallo Ein neuer, wunderschöner Tag Kommt mit Suchen wir mal die Prinzessin Hallo Prinzessin Hallo Machst du ein Picknick? Willst du einen Keks haben? Das ist sehr lieb von dir Vielleicht ein anderes Mal Ach Schlamper, da wird doch alles klitschnass Böser Hund Oh nicht Hör auf Schlamper Schau mal, was du mit unserem Picknick gemacht hast Das ganze Essen ist nass Und Und in meinem Glas schwimmt irgendein Tier drin rum Ach du dicke Seegurke, das kam aus dem Wasser, sagst du? Aha Das Gewässer ist voll mit Haien Mit Haien? Oh ja, viele Männer sind auf See geblieben Ist das auch ein Hai? Da kann man nie sicher sein Ein Hai! Kann ich ihn behalten? Ja Nein, keine Ahnung Oh, das ist doch alles Unsinn Das ist kein Hai, das ist eine Kaulquappe Bring sie dahin zurück, wo du sie gefunden hast Aber ich will sie behalten Sie lebt im Teich Und sie vermisst ihre Freunde Sie hat doch mich als Freund Aber ich will sie behalten Sie ist mein Haustier Aber weißt du, Schatz Eine Kaulquappe ist kein Haustier Warum denn nicht? Haustiere leben gern bei den Menschen Und Haustieren kann man was beibringen Du hast schon zwei Haustiere Wirklich? Schlamper und Moor Ich will aber das Haustier hier haben Eine Kaulquappe zuschauen ist nämlich spannend Brrr Bitte Frag deinen Vater Hihi, Papa Aufgepasst Eine Kaulquappe ist ein wildlebendes Tier Aber sie sieht doch gar nicht wild aus Sie braucht ihren natürlichen Lebensraum Ich kann ihr einen bauen Na ja Bitte Wenn du dich gut um sie kümmerst Darfst du sie behalten Aber nur ausnahmsweise Ja Was ist ein Lebensraum? Ein Lebensraum? Das ist ganz einfach Das ist der Ort, an dem jemand lebt Umgeben von all den Dingen, die dieser braucht Hm? Wenn du willst, zeig ich es dir Au ja Also Steine Wasser Pflanzen aus dem Teich Und jetzt kommt das Wichtigste Die Kaulquappe Oh He He Quappi Und jetzt kommt das Wichtigste Die Kaulquappe Der neues Haustier gefällt dir wohl sehr. Quappi. Ist das sein Name? Mhm. Warum magst du Quappi so gern? Weil ich mich gern um Quappi kümmere. Und wie machst du das? Ich hole frisches Wasser aus dem Teich. Manchmal sind da Tierchen drin. Und ich habe einen tollen neuen Stein für Quappi gefunden. Den habe ich ganz sauber gemacht. Ich würde Quappi am liebsten überall mit hinnehmen. Aber... No, 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 no. Ich stuhlte keine Tiere in meiner Küche. Oh, oh. Raus. Usch, 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 usch. Hi, hi, hi. Dein Haustier sieht sehr interessant aus. Was macht es denn so? Quappi schwimmt rum und rum, immer im Kreis rum. Oh. Es macht also immer wieder das Gleiche? Ja, ist das nicht ganz toll? Hm, 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 hm. Äh. Hö. at Kwa-kwa! Ha-ha-ha-ha-ha! Kwa-kwa! 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 AAAAAH! AAAAAH! Hei-san! Eee! Oh! AAAAAH! AAAAAH! Was ist denn? Du wirst mitkommen. Schnell! Da ist ein schreckliches Tier. Das hat Quappi aufgefressen. Und es ist immer noch in meinem Zimmer. Seht ihr? Da. Das ist ein Frosch. Er hat meine Kaulquappe gegessen. Er hat deine Kaulquappe nicht gegessen. Er ist deine Kaulquappe. Hä? Alle Kaulquappen verwandeln sich in Frösche, Schatz. Was? Wenn sie wachsen, dann werden sie zu Fröschen. Ah! Dann ist Quappi also nur groß geworden. Prinzessin! Schau mal! Meine Kaulquappe ist jetzt ein grüner Frosch. Ein grüner Frosch! Ein grüner Frosch! Ein Frosch? Das klingt ja spannend. Das ist das Tollste überhaupt. Und ich will den Frosch für immer behalten. Froschlein, hüpp, hüpp, hüpp. Hihi! Froschlein, hüpp, hüpp, hüpp. Ich habe jetzt einen Frosch. Einen Frosch? Oje, ist der gefährlich? Nein, ich glaube, das ist er nicht. Man kann nie wissen. Weißt du, ich habe hier schon viele gesehen. Gute Nacht, mein Schatz. Träum was Schönes. Gisbert will auch einen Gute-Nacht-Kuss. Und der Frosch will auch einen. Gute Nacht. Was ist das nur für ein Lärm? Oh, das weiß ich auch nicht. Oh, das hält doch niemand aus. Dein Haustier ist aber ganz schön lebhaft. Ja, er ist ganz schön laut. Er hat die ganze Nacht ganz laut gequagt. Wahrscheinlich vermisst er seine Freunde. Vielleicht hast du recht. Aber du wolltest ihn doch für immer behalten, oder? Na ja. Du willst ihn wahrscheinlich küssen. Was? Kennst du das Märchen von der Prinzessin und dem Frosch nicht? Nein. Die Prinzessin küsst den Frosch. Und dann verwandelt er sich in einen wunderschönen Prinzen. Oh, ich geht. Wiedersehen, Froschchen. Hüpf zu deinen Freunden. Komm her, Moor. Du bist kein Prinz. Du bist ein liebes, stilles Haustier. Hm. Oh. Psst. Psst. P utmost. Purt. Dang. Puch. P Bell. Puh. 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 Die Prinzessin Ich will keine Läuse. Da sind wir wieder. Und kein Wölkchen am Himmel. Ein herrlicher Tag, um mit Freunden zu spielen. Das ist aber ein seltsames Geräusch. Es kommt aus dem Zimmer der kleinen Prinzessin. Was sie wohl macht? Au! 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 Hallo Prinzessin. Tut das gut, wenn du dich kratzt? Oh, und wie! Machst du das schon lange? Schon den ganzen Morgen. Au! Musst du dich denn immer noch kratzen, Prinzessin? Weißt du, ich glaube, du hast Läuse. Läuse? Was sind Läuse? Das ist kleines Ungeziefer, das sich manchmal in den Haaren einnistet. Und dann juckt der Kopf. Ungeziefer! Aber ich kann keine Tierchen in meinen Haaren haben. Wir haben sie gestern Abend gewaschen. Weißt du, jeder kann Läuse kriegen. Kaum hat sie der eine, kriegt sie der andere auch. Und je sauberer die Haare sind, desto besser gefällt es ihnen da. Nein, 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 nein. Ich hab aber kein Ungeziefer. Läuse. Die auch nicht. Mich juckt es nur ein bisschen. Prinzessin! Na gut, wie du meinst. Aber ich seh lieber trotzdem mal nach. Prinzessin! Prinzessin! Du musst dich nicht verstecken. Ich will nur mal nachsehen. Bist du das, Prinzessin? Ist die weg? Ja, ich glaub, die Luft ist rein. Gut, dann kann ich jetzt spielen. Wer spielt mit mir? Hallo! Hallo! Oh! Juckt es dich, Prinzessin? Nein! Oh, na dann. Willst du ein Wettrennen machen? Oh, aber natürlich. Für ein Wettrennen bin ich immer zu haben. Brumm! 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 Auf die Platze! Fertig! Los! Rennen! Brumm! Brumm! Äh! Hä? Räh! Stopp! Ah! Ne! Ich hab dich schon überall gesucht, Prinzessin! Oh! Und jetzt lass uns mal auf Läusesuche gehen. Läuse? Oh, nichts wie weg hier. Daran bist allein du schuld. Ach komm, Prinzessin, ich will nur mal kurz gucken. Aber wir machen ein Wettrennen. Ich will nicht, dass er gewinnt. Warte auf mich. Prinzessin. Brr, 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 brr. Brr, 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 brr. Prinzessin, wo bist du? Ich weiß was. Admiral, willst du mit mir spielen? Admiral, Admiral. Steuerbord voraus, Premierminister. Ich sehe Läuse. Was machen wir denn da? Das einzig ehrenhafte Premierminister ist ein besseres Versteck zu finden. Guter Plan, aber zuerst müssen wir den General warnen. Juckt es immer noch so arg, Prinzessin? Nein, ich habe keine Tierchen in meinen Haaren. Verstehe. Oh, hallo, Prinzessin. Darf ich auch in deine Springen spielen? Ja, selbstverständlich. Aber ich bin wahnsinnig gut, weißt du? Ich darf anfangen. Alles klar. Passt du genau auf? Mhm. Wollen Sie Reiß aus, wenn Sie keine Läuse kriegen wollen? Läuse? General! Hurra! Jetzt bist du dran. Äh, Prinzessin, ich habe meine Meinung geändert. Aber du springst doch immer so gern. Ähm, das stimmt. Ich habe nur, ähm... Was? Hä? Äh, spring, Nessi! Hahaha. Das war aber ein Supersprung. General! Hallo! General! Wo seid ihr denn alle? Äh, 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 äh. Was machst du denn jetzt, Prinzessin? Weiß nicht. Ich will, dass jemand mit mir spielt. Ist mir egal wer. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ich habe aber keine Tierchen im Haar. Läuse. Und die habe ich auch nicht. Mich juckt es nur ein kleines bisschen. Dann kannst du mich ja nachsehen lassen. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Unter Matrosen kommt das immer mal vor. Auf einem Schiff lässt sich das gerne verleihen. Jetzt ist die Sache sehr, 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 sehr. Oh, 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 oh. Hm. Na, na, schon gut, mein Schätzchen. Man muss sich nicht schämen, wenn man Läuse hat. Ah. Ich würde gern wissen, wo du die überhaupt her hast. Die habe ich von ihm. Hunde haben Flöhe. Läuse werden meistens von Mensch zu Mensch übertragen. Ach, und was ist schon dabei, wenn du Läuse hast? Du bist und bleibst trotzdem mein tapferes kleines Püppchen. Ah. Was? Eine Laus. Häh. 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 Uh, zeigen Sie mal her. Da, sehen Sie. Oh ja, sehr interessant. Ich will keine Tierchen in meinen Haaren haben. Sie sind harmlos, aber sehr, sehr lästig. Oh ja, sehr, sehr lästig. Sehen Sie die kleinen Beinchen? Und die vermehren sich so schnell. Ich will keine Tierchen in meinen Haaren. Dann müssen wir sie schnell loswerden, Prinzessin. Weißt du, wie das geht? Aber natürlich. Und Schlampers Flöhe kriegen wir auch los. Also ab in die Badewanne. Mach dir die Haare tüchtig nass, Prinzessin. Oh, du auch. Nur deine Haare, nicht das ganze Badezimmer. So, das ist ein Spezialshampoo, das die Läuse ganz und gar nicht mögen. Und dann fallen die Tierchen alle raus. Oh, Schlamper. Und jetzt kämmen wir die Läuse raus. Wiedersehen, Tierchen. Kommt ja nicht wieder her. So, keine Läuse mehr. Und Schlamper hat keine Flöhe mehr. Komm mit, Schlamper. Wir sagen den anderen Gute Nacht. Ich sehe immer noch niemanden. Ja, wo stecken denn alle, Prinzessin? Ich weiß nicht. Hallo. Was ist das für ein Geräusch? Es klingt, als würde sich irgendjemand katzen. Und es kommt von da drüben. Das juckt vielleicht. Und weh. Wir wollen doch nicht, dass die Prinzessin uns findet. Ein Biest. Ui, 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 ui. Oh. Warum müsst ihr euch denn alle katzen? Ähm, es juckt nur ein bisschen. Ähm, äh, ja, nur ein bisschen. Ja, ist nichts Schlimmes. Ach. Wie ich's gesagt hab. Läuse gehen von einem Kopf zum anderen. Genau wie Flöhe. Mach. Hahaha. Hä? Habt ihr jetzt alle Tierchen? Oh. Äh. Oh je. Ach. Oh je. Genau wie seinerzeit bei der Marine. Ich will keine Läuse haben. Ich will keine Läuse haben. Ja, der König. Wie das hier auch. Oh, das ist doch kein Grund zu jammern. Haha. Haha. Häh. 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 Und jetzt? Häh. Häh. Auf die Plätze. Häh. Fertig. Kommen. Häh. 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 Josje in Deepa. Ya what I'll do. Oh ja. Let's go. Ciao. Oh, oh ja. T Ren. von cui aus. Oh, oh ja. O? Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020